Um in den Genuss der Faszination Motorrad zu gelangen, muss zunächst ein solches erworben werden. Egal ob Neu- oder Wiedereinsteiger, die erste Frage, die man sich stellen sollte, lautet, welches Motorrad passt am besten zu mir? Die Entscheidung hängt meist von mehreren Faktoren ab. Neben persönlichen Vorlieben ist natürlich der Einsatzzweck entscheidend. Nutze ich das Motorrad mehr in der Freizeit oder im Alltag? Allein oder zu zweit? Was habe ich mit dem Motorrad überwiegend vor? Darüber hinaus kann zunächst auch die eigene Statur entscheidend sein. Grundvoraussetzung hier, das Gefährt muss zur jeweiligen Körpergröße passen. Ist das Motorrad zu groß, wird es gefährlich? Ist es zu klein, wird es schnell unbequem. Ein sicherer Stand und bequemes Sitzen sind hier entscheidend. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.